Wir dürfen das Meer erst verlassen, wenn wir Punkt, Punkt, Punkt ziehen. So, und jetzt kommt's, wir müssen das erstmal generieren. Heißt also, wir fragen jetzt einfach mal Siri nach zwei Brawlern. Siri wird einen Brawler für mich bestimmen und einen für dich. Marvin, dein Brawler ist... Was ist das? Squeak! Okay. Marvin muss also Squeak ziehen. Was ist das für Pech? Ich weiß es nicht. Wie soll ich denn ziehen? Jetzt kommen wir zu meinem Brawler. Okay, oh nein. Oh nein, oh nein, Bell, Digger. Oh shit. Also das heißt leider, ich will gewinnen. Oh, ich bin weg. Bell ist am Start, Leute. Das war's mit mir, ich darf raus. Sex. Und... Oh, Junge! Junge, Squeak! Oh mein Gott. Ich darf raus, Digger.